Ja, mit PumpMyBags Jerome hatte der Kollege Daniel Hoppmann vergangene Woche den FED-Chef aufgefordert. Er möge doch durch seine Zinspolitik Daniels Crypto-Bags etwas Auftrieb verleihen. Und man kann sagen, Jerome Powell hat geliefert. Ja, hallo auch von meiner Seite. Es ist Freitag, der 20. September. Mein Name ist David Scheider. Ich bin Redakteur bei BTC Echo und in der anderen Kapsel sitzt heute Johannes McSwade. Grüezi Johannes. Sag mal, hast du auf Polymarket auch eine 50 Basispunkte Zinssenkung gewettet? Hi David. Ne, habe ich tatsächlich nicht. Ich wette tendenziell nicht und für mich ist der ganze Kryptosektor sowieso schon sowas wie eine Wette. Da brauche ich nicht noch zusätzlich den Stress, den mir das Glücksspiel bringen würde. Ja, die Zinswende in den USA ist endlich da. Nach der mit Spannung erwarteten Sitzung am Mittwochabend senkte die US-Notenbank den Leitzins sowie mehr oder minder prognostiziert um 0,5 Prozentpunkte. David, lass uns gleich mal darüber reden, warum die Märkte deshalb grün leuchten. Aber zunächst, warum war dieser Schritt doch so groß? Ja, das ist die große Frage und da müsste man jetzt eigentlich in den Kopf von Jerome Powell reinschauen. Aber im Endeffekt wird die Zentralbank versucht ja zwei Größen im Prinzip gegeneinander oder miteinander zu vereinen. Das sind einmal Wirtschaftsdaten, also Arbeitslosigkeit, Konjunktur, Rezession und eben die Inflation. Und mit dem Leitzins hat die Zentralbank ihr wichtigstes Werkzeug eigentlich an der Hand, um diese zwei Größen zu optimieren. Und es war relativ klar, dass die Zentralbank die Zinsen senken wird, dass die Zinswende tatsächlich jetzt auch in den USA eingeleitet wird. In Europa wurde sie ja bereits schon eingeleitet, auch andere Zentralbanken haben die Zinsen bereits gesenkt. Es war nur nicht klar, um wie viel. Und im Prinzip gab es da zwei Möglichkeiten. Einmal um 25 Basispunkte und einmal um 50 Basispunkte. Basispunkte, das ist so Economics, sprech im Prinzip, sind 25 Basispunkte 0,25 Prozentpunkte. In dem Fall hat sich die FED für den größeren Zinsschritt entschieden, also 50 Basispunkte. Und da kann man jetzt nur spekulieren. Also einerseits ist die Inflation ja tatsächlich in den USA deutlich zurückgegangen, was so einen Zinsschritt dann rechtfertigen würde. Andererseits liegt sie immer noch bei 2,5 Prozent und eigentlich damit auch über dem Ziel von 2 Prozent. Das ist ja so die goldene Zahl. Ja, da wollen wir jetzt nicht tiefer reingehen, wie sinnvoll das ist. Aber eigentlich will die Zentralbank und ist dazu auch angehalten, per Dekret bei 2 Prozent zu landen. Jetzt haben sie die Zinsen trotzdem deutlicher gesenkt. Und naja, was die FED jetzt so versucht hinzubekommen, ist so eine Art Soft Landing. Also scheinbar sind die Ängste vor einer Rezession doch größer als angenommen. Und deswegen braucht die Wirtschaft jetzt eben diesen entscheidenden Push, also mit einer deutlich größeren Lockerung der Geldpolitik, um eben dann nicht in die Rezession zu fallen. Und dieses Soft Landing, also ein Absenken der Inflation bei gleichzeitigen Verhinderung der Rezession, das ist so das große Kunststück, eben durch diese Inflationssenkung keine Wirtschaftskrise auszulösen, das will man jetzt hinbekommen. Okay, und warum steigt Bitcoin eigentlich, wenn die FED die Zinsen senkt? Das ist genau die Frage. Also natürlich haben Zentralbank-Aktivität hat immer eine massive Folge auf die Wirtschaft. Und naja, die US-Zentralbank ist die wichtigste Zentralbank der Welt, kann man sagen. Ja, der US-Dollar ist die Weltreservewährung. Und ja, also ein Punkt ist natürlich, dass ein größerer Zinsschritt nach unten die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession senkt. Und Rezession ist schlecht für einen Aktienmarkt. Also Leute konsumieren weniger, kaufen weniger, die Wirtschaft produziert weniger, Aktienunternehmen haben weniger Absatz. Da wird logischerweise auch der Aktienmarkt ein bisschen nachgeben. Oder wie Donald Trump es gesagt hat, scheinbar ist die Economy very bad in seinem sehr komplexen Vokabular. Der ist auf den Punkt gebracht da im Burger-Restaurant. Das heißt, das ist schon mal gut für Aktien. Auf der anderen Seite ergeben sich natürlich auch Opportunitäten durch geringere Zinsen. Also du hast halt bei höheren Zinsen, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit oder da werden mehr Leute in risikofreie Anlagen gehen. Also beispielsweise Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, weil die eben besser verzinst sind bei hohen Zinsen. Und da fließt dann in der Regel Kapazität und Kapital aus riskanten Anlagen wie Tech-Aktien und Bitcoin eben eher raus. Und wenn die Zinsen jetzt sinken und diese Rendite damit auch geringer wird, dann werden Risikowerte wie Bitcoin natürlich attraktiver. Und dann hast du im Endeffekt mehr Kapital, was in Bitcoin fließt. Dazu kommt noch, dass Bitcoin ziemlich stark korreliert ist, auch mit anderen Anlageklassen wie Tech-Aktien. Die Korrelation zum Nasdaq, also dem Tech-Index in den USA, ist relativ hoch. Und auch Tech-Aktien profitieren überproportional von geringeren Zinsen, weil Tech-Unternehmen relativ viel Geld in Research and Development stecken. Also sie wollen ja immer innovativ sein. Nächstes Jahr ist das iPhone 16 schon wieder veraltet und dann muss das nächste kommen. Und dieser Research and Development wird halt Schulden finanziert, also mit Fremdkapital finanziert. Und je geringer die Zinsen sind, desto günstiger wird es auch zu forschen. Und desto besser sind dann eben Tech-Unternehmen wie Apple und Co. dann eben aufgestellt. Der vielleicht wichtigste Punkt ist aber, mit geringeren Zinsen steigt auch die globale Liquidität. Also Geld wird wieder billiger, es wird wahrscheinlich wieder mehr investiert, die Banken vergeben wieder mehr Kredite. Es kommt mehr Liquidität in die Wirtschaft. Und das ist eigentlich die beste Nachricht für Bitcoin, weil die globale Geldmenge ziemlich eng mit dem Bitcoin-Kurs korreliert ist. Und da, das ist eben ganz interessant, weil das dann wieder inflationär wirken kann. Also wir haben jetzt ja theoretisch wieder eine geringere Inflation, weil die Zinsen relativ hoch waren. Das war nicht so gut für Bitcoin, aber jetzt haben wir wieder eine inflationäre Richtung zumindest eingeschlagen. Die Zinsen sind ja immer noch relativ hoch, im Korridor von 4,75 bis 5 Prozent. Aber trotzdem in der Tendenz wird mehr Liquidität auf den Markt kommen und dann gewinnen eben knappe Assets wie Gold und Bitcoin an Attraktivität. Und Gold ist ja tatsächlich auch schon auf einem Allzeithoch. Ja, was ist denn so dein Take zur Zinssenkung, Johannes? Kam der Schritt, also auch der große Schritt für dich überraschend jetzt? Tatsächlich kam er überraschend, ja, weil ich glaube, bis kurz vor der Sitzung hieß es noch, dass die Federal Reserve den Leitzins um 0,25 Prozent senken würde. Das war Konsens und das änderte sich dann, ich glaube, eine Woche vor der Sitzung schlagartig mit einem Artikel aus dem Wall Street Journal. Und für mich ist eher entscheidend, was diese Signalwirkung oder was die Signalwirkung von diesem Zinsentscheid letztendlich ist. Daher, dass der Zinsschritt so groß war, würde ich sagen, zeugt das schon davon, dass die FED sich gewisserweise Sorgen um die Wirtschaft macht? Jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, was Jerome Powell konkret in seiner Presseansprache danach gesagt hat. Aber wir müssen halt auch darüber nachdenken, dass dieser Zinsschritt doch relativ klein ist im Vergleich zu dem aktuellen Zinsniveau. Also wir sind jetzt von 5,5 Prozent auf 5 Prozent oder ein bisschen runter gesunken. Wenn wir wirklich Probleme mit der Wirtschaft haben, dann muss dieses Niveau noch viel weiter abfallen, würde ich sagen. Ein interessanter Vergleich oder ein interessanter Vergleich, den ich gesehen habe, war, dass es ein ähnliches Szenario gab im September 2007. Also so kurz bevor diese große Weltwirtschaftskrise anfing, da senkte die FED auch den Leitzins um 0,5 Prozent. Und dann gab es auch zunächst mal eine kleine Rallye. Und dann wurde den Märkten so ein bisschen klar, okay Moment mal, warum senken sie jetzt eigentlich um 0,5 Prozent? Steht hier vielleicht eine Rezession vor der Tür? Könnte es nochmal schlimmer werden? Ich glaube, jetzt sind die nächsten Monate und Wochen daher viel entscheidender. Also wir werden sehen, wie reagieren die Märkte jetzt langfristig auf diese weiteren Zinsschritte, die vermutlich folgen. Und vor allem, was sagen die Wirtschaftsdaten und die Wirtschaftszahlen? Ich glaube, dann wird sich entscheiden, ob wir wirklich bullisch sein können oder nicht. Das ist so meine Auffassung des Ganzen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil dieser eine Zinsschritt, der ist ja nur der Anfang. Also es ist eigentlich davon auszugehen, dass die Zinsen jetzt sukzessive viel deutlich, also in den nächsten Monaten weiter sinken werden. Wo dann so die Basis erreicht wird, das weiß man nicht. Aber darauf kommt es dann am Ende auch an. Aber es wird natürlich jetzt nicht dabei bleiben. Und das ist auch mehr oder weniger eingepreist. Es kann natürlich sein, dass die FED, sollte die Inflation jetzt beispielsweise plötzlich doch wieder nach oben gehen, dass sie erstmal auf diesem Zinsniveau verweilt. Und das wäre dann erstmal keine guten Nachrichten für Bitcoin. Aber warten wir es erstmal ab. Vielleicht noch zu guter Letzt fand ich ganz interessant. Mir ist neulich so eine Grafik über den Weg gelaufen. Da sieht man die durchschnittlichen Renditen von Bitcoin pro Quartal. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum jetzt im Sommer so eine Flaute war. Denn tatsächlich ist Q3 das schlechteste Quartal für Bitcoin überhaupt. Im Durchschnitt macht da Bitcoin 5% plus in diesem Quartal. Im Median sind es sogar minus 4%. Und Q4, vielleicht so ein kleines bisschen Hopium, da sind im Durchschnitt 88% und im Median 56% Rendite aufgezeichnet worden. In der Vergangenheit natürlich, vergangene Renditen kein Garant für die Zukunft, aber so ein bisschen Zyklizität ist hier schon erkennbar. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema, das sich auch um Bitcoin dreht, beziehungsweise um Altcoins. Denn tatsächlich setzt sich Bitcoin, also die größte Kryptowährung, immer mehr von den Altcoins ab. Das zeigt die sogenannte Bitcoin-Dominanz. Aber was ist das eigentlich, Johannes? Ja, die Dominanz, beziehungsweise die Bitcoin-Dominanz sagt im Prinzip aus, wie dominant die Bitcoin-Marktkapitalisierung ist. Also sie misst die relativen Machtverhältnisse im Sektor und ist ein Indikator nach dem Risikodurst der Kryptoanleger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bitcoin gilt ja innerhalb unserer Branche als die Leitwährung, das vermeintlich sicherste Asset, das es gibt. Und je stärker Bitcoin demnach ist, desto mehr können wir daraus lesen, wie risikobereit oder unbereit, wie auch immer die Anleger sind. Ja, und diese Bitcoin-Marktdominanz oder Marktkapitalisierungsdominanz hat kürzlich ein Drei-Jahres-Hoch erreicht. Zuletzt im April 2021 war die Bitcoin-Dominanz so stark wie jetzt aktuell. In Prozent gerechnet, weißt du, wie hoch die gerade ist? Hast du das im Kopf? Ja, die ist ungefähr bei 58 Prozent. Ich glaube, jetzt ist sie wieder ein bisschen abgesunken, aber da müsste sie stehen. Genau, das heißt, dass 58 Prozent der Gesamtmarktkapitalisierung in dem Fall auf Bitcoin entfallen. Und jetzt ist die Frage, warum ist denn Bitcoin im Vergleich zu den Altcoins gerade so stark? Ja, 2024 war ja wirklich sowas wie das Bitcoin-Jahr. Das Jahr ging los mit den ETFs, einem großen Hype an der Wall Street und besonders für institutionelle Anleger wurde Bitcoin wieder interessant. Wir müssen auch ein bisschen schauen, von wo kommen wir? Also wir haben den FTX-Kollaps gesehen. Das war so das große Event im Cryptospace, was für ziemlich viele Umbrüche gesorgt hat. Und danach ist so eine Art Bitcoin-Not-Crypto-Sentiment entstanden. Also eine starke Präferenz nach Sicherheit und weniger nach Altcoins, die ja tendenziell als riskanter gelten. Die blieben dann so ein bisschen auf der Strecke. Und ja, tatsächlich hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass es nur sieben Altcoins gab, die Bitcoin outperformed haben. Und du kannst jetzt einmal raten, welche das sind. Also ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach ins Blaue raten. Auf jeden Fall Solana, weil es ja immer heißt, Solana ist gerade der Top-Tipp und richtig stark und dann wahrscheinlich irgendwelche Meme-Coins, oder? Nicht ganz falsch. Solana tatsächlich nicht. Ich lese sie mal vor. Es sind Dog with Hat und Pepe. Also da stimm ich dir, oder da scheinst du recht zu haben mit den Meme-Coins. Dann ist es Ton, also der Telegram-Coin, wenn man so will. Fetch AI, also hier haben wir die KI-Narrative. BNB, der Börsen-Coin von Binance. Und dann kommt noch Sui, das ist eine Alternative Layer 1. Und Casper, ein Proof-of-Work-Mining-Coin dazu. Und hier sieht man also schon stark die Narrativen, die jetzt in diesem Jahr funktioniert haben. Beziehungsweise auch, dass es halt eben eher Nischen waren, die sich im Vergleich zu Bitcoin durchsetzen konnten und eben nicht der gesamte Alt-Coin-Markt, wie wir das vielleicht in vergangenen Bullenmärkten gesehen haben. Also wir haben Memes, die ja ziemlich abgehoben sind. Wir haben eben diese KI-Narrative ausgelöst durch den Hype um Nvidia. Wir haben nicht Solana, sondern einen Solana-Killer, nämlich Sui. Also hier greift der Markt schon so ein bisschen voraus und sagt, ja gut, okay, Solana könnte Ethereum überholen, aber wer überholt Solana? Und hier ist Sui offenbar ein heißer Kandidat, ist auch zuletzt stark gestiegen. Und dann, was ich noch die Neo-Proof-of-Work-Coins nenne, in dem Fall Casper, ein neuer Proof-of-Work-Coin, der es im Prinzip auch wieder kleinen Anlegern, beziehungsweise kleinen Minern ermöglicht, einen Profit aus dem Heim-Mining oder Home-Mining zu gewinnen oder auch als Fair-Launch-Token betrachtet werden könnte, also mit fairen Tokenomics quasi. Und was mich so ein bisschen verwundert hat, auch Binance, also der BNB-Coin. Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es ja diesen Prozess gegen CZ, also Changpeng Zhao, der Gründer von Binance. Und der sitzt mittlerweile im Gefängnis, beziehungsweise kommt auch demnächst frei. Und trotzdem performte dieser BNB-Token, also der Binance-Börse, ziemlich gut im Laufe der letzten Wochen. Und ja, da war ich auf jeden Fall sehr überrascht. Überrascht war ich auch, dass die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum gerade nicht dabei ist. Ja, was ist denn daraus jetzt eigentlich geworden? Also es hieß ja vor ein paar Jahren, wann kommt das Flippening? Das galt schon als ausgemacht. Und auf Twitter hatte plötzlich jeder so ein Fledermaus-Symbol in der Bio. Das hieß dann Ultrasound Money oder so. Ganz genau kapiert habe ich es nicht. Aber ja, wann kommt das Flippening? Ja, das Flippening ist, glaube ich, erst mal Staubfänger im Regal der gescheiterten Kryptonarrativen geworden. Wie wir es gerade besprochen haben, es gibt ein ganz klares Narrativ für Bitcoin. Bei Ethereum ist das mittlerweile nicht so der Fall. Es gibt viel Konkurrenz. Es ist gerade angesprochen, Solana wird da als heißer Kandidat gezählt. Aber auch so Sachen wie Tron, wo gerade viel Aktivität darauf stattfindet. Und ja, wie sollte es anders sein? Zeitgleich zu dem 3-Jahres-Hoch von der Bitcoin-Dominanz gab es ein 3-Jahres-Tief beim Ethereum-Kurs gemessen in Bitcoin. Man nennt das den ETH-BTC-Chart. Und der befindet sich im Grunde seit 2022 auf Talfahrt und hat jetzt wieder ein neues Tief erreicht bei 0,038. Das wird jetzt den wenigsten vielleicht was sagen. Diesen Wert hat es zuletzt im April 2021 erreicht. Und wir sehen dann halt auch diese Korrelation. Der Großteil der Bitcoin-Dominanz hat auch mit der Schwäche von Ethereum zu tun oder ist dadurch halt auch erklärbar. Und ja, am Zuge dieser Nachricht gab es relativ viele Debatten auch im Kryptospace und auch in den Kryptomedien, inwieweit wir dieses Projekt Ethereum 2.0 als gescheitert betrachten können. Wenn wir uns zurückerinnern, Ethereum hat sich ja 2022 umgestellt vom Proof-of-Work-Konsensmechanismus auf Proof-of-Stake. Und eigentlich galt das als revolutionärer Schritt für die Blockchain und als, ich sag mal, neuer Blick nach vorne. Und du hast es angesprochen, Ultrasound-Money, ein Burn-Mechanismus, den es gab. Und in Zusammenwirkung mit dem Proof-of-Stake-Mechanismus sollte das ja zu einer deflationären Verknappung, wenn man so will, von Ethereum führen und den Kurs entsprechend in die Höhe treiben. Und genau das ist halt eben nicht eingetreten. Zumindest, wenn man es in Bitcoin misst. Im Gegenteil, Ethereum ist abgestürzt und ja, entsprechend hoch oder entsprechend die Frage, ob es mit Ethereum als Asset jetzt vorbei ist. Ich glaube, Ethereum hat auch noch nicht das Allzeithoch geschlagen, oder? Also das eigene. Du meinst jetzt in Dollar gemessen dann sozusagen? Ja, genau. Genau, nee, das hat es nicht. Es war knapp dran, aber ich glaube, in diesem Zyklus war es bei 4.000 vielleicht. Und das Allzeithoch liegt bei 4.800. Ja, okay, interessant. Vielleicht, um das nochmal so anschaulich zu machen, das bedeutet ja im Endeffekt, wenn man sich vor ein paar Jahren dafür entschieden hat, in Ethereum, anstatt in Bitcoin zu investieren, dann hat man eigentlich eher einen schlechten Deal gemacht. Also wenn man jetzt vor ein paar Jahren mehr Geld in Bitcoin gehabt hätte, anstatt Ethereum, wäre die Rendite höher gewesen, richtig? Genau, so ist es. Ist denn, also du hast ja jetzt schon so ein bisschen fast den Teufel an die Wand gemalt, aber siehst du eine Chance, dass das sich noch ändern kann? Dass die Dominanz wieder zurückgeht? Oder was sind so deine Erwartungen jetzt? Also in der Vergangenheit war es häufig so, dass wenn die Bitcoin-Dominanz sinkt, der Bullenmarkt sozusagen, der richtige Bullenmarkt, eingeleitet wird. Das blieb dieses Jahr so ein bisschen aus. Also es wurde öfter schon gesagt, dass ein Top erreicht ist im Bitcoin-Dominance-Chart, dass quasi sich dieser Wert wieder umdreht. Aber Mal um Mal hat sich gezeigt, dass die Dominanz weiter gestiegen ist. Das heißt, ich würde vermuten, dass sich daran jetzt auch erst mal in diesem Jahr nichts ändert. Und jetzt steht so ein bisschen die Marke von 60 Prozent im Raum. Erst danach, also wenn Bitcoin diese Marke durchbrochen hat, also die Bitcoin-Dominanz, rechnen einige Analysten mit einer wirklichen Trendwende. Und bis dahin könnte sich eine relative Schwäche der meisten Altcoins zumindest fortsetzen, außer die angesprochenen Nischen oder vielleicht andere Nischen, die sich dann durchsetzen. Aber auf jeden Fall, und damit rechne ich so ein bisschen auch, dass ETH erstmal weiter schwächeln könnte. Es ist aber auch unwahrscheinlich, dass, weiß ich nicht, Blockchains wie Solana oder Sui diese Lücke jetzt schnell füllen, was dann entsprechend bedeutet würde, dass die Bitcoin-Dominanz weiter hoch bleibt und dieser Altcoin-Sektor sich noch ein bisschen zerstreut. Jetzt muss man aber sagen, wir haben es ja jetzt gesehen, die Zinswende wurde eingeläutet. Das ist immer erst mal gut für Risk-Assets und entsprechend für Altcoins. Wenn ich heute auf die Charts gucke, teilweise zweistellige Prozentgewinne bei den großen Altcoins. Bei Bitcoin ist es weniger. Die Dominanz ist entsprechend wieder schon so ein bisschen zurückgegangen. Und ich würde sagen, wenn sich dieser Trend fortsetzt und die Zinswende tatsächlich bullisch für alle Risikowerte ist, dann könnten wir tatsächlich am Anfang einer Altcoin-Season stehen. Und die hat natürlich auch Auswirkungen zum Beispiel auf den DeFi-Space, weil wenn die Leitzinsen im realen Finanzwesen, sage ich mal, relativ niedrig sind oder fallen und sie aber im DeFi-Sektor, im Crypto-Space noch hoch bleiben, dann kann es gut sein, dass auch institutionelle Anleger ihr Kapital on-Chain verlagern, um eben da nach dieser Rendite zu suchen, die sie vorher hatten. Und letztendlich zeigt sich häufig, was gut für DeFi ist, ist oft auch gut für Ethereum, weil nun mal ein Großteil des DeFi-Sektors auf Ethereum zu Hause ist. Ja, und falls ihr in dieses Thema DeFi und Ethereum tiefer reingehen wollt, wenn ihr euch ein bisschen einlesen wollt, dann kann ich euch nur den Ethereum-Report ans Herz legen. Den hast du ja auch mitgeschrieben, Johannes. Den Link dazu setze ich euch in die Shownotes. Und ja, vielleicht als letzte Frage zu dem Thema, diese Bitcoin-Dominanz. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man da Äpfel mit Birnen vergleicht. Also Bitcoin hat dieses klare Narrativ eines Wertspeichers. Ethereum ist irgendwie auch mit vorne dabei, aber dann kommt irgendwie eine Liste von Altcoins, wo alles dabei ist. Da ist irgendwie Ripple dabei, da sind Meme-Coins dabei. Wie sinnvoll ist diese Bitcoin-Dominanz eigentlich? Ja, ich gebe dir recht, dass du das in Frage stellst. Insbesondere auch seit den ETFs ist es schwer, Bitcoin mit dem restlichen Sektor zu vergleichen. Es ist eine Klasse für sich. Ich finde, es macht dann mehr Sinn, so Coin-zu-Coin-Charts zu nehmen. Also zum Beispiel eben diese angesprochene ETH-BTC-Chart. Da ist ja dann der direkte Vergleich zu Bitcoin. Oder auch, das gibt es auch häufig, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Konkurrenten im Space angucken, Solana Ethereum, kann man auch einfach den Solana ETH-Chart aufmachen und beide miteinander vergleichen. Das macht dann auch mehr Sinn, weil du da wirklich, wie du schon sagst, so Äpfel mit Äpfel vergleichst. Dennoch ist die Bitcoin-Dominanz ein guter allgemeiner Indikator für die Kräfteverhältnisse im Space. Und wie ich auch eingangs erwähnt habe, es ist immer gut zu sehen, macht mein Altcoin-Investment oder wie hat mein Altcoin-Investment performt? War es besser, Bitcoin an sich zu halten oder hätte ich höhere Renditen erzielt, wenn ich in den Altcoin-Sektor investiert habe? Und der Bitcoin-Dominanz-Chart jetzt sagt ja zum Beispiel, es wäre schlecht gewesen im letzten Jahr, in Altcoins zu investieren, weil du wahrscheinlich bessere Renditen erzielt hattest, wenn du in Bitcoin gewesen wärst, weil Bitcoin einfach stärker performt hat. Also als Indikator finde ich ihn nach wie vor gerechtfertigt, aber halt nicht spezifisch, sondern eher so allgemein. Ich finde das auch ganz interessant. Wir haben uns gerade mal die ETFs-Flows noch vor der Aufnahme angeguckt, um da auch so eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und es gibt ja mittlerweile auch Ethereum ETFs und Bitcoin ETFs wie so seit Anfang des Jahres. Und tatsächlich sind aktuell 58,8 Milliarden US-Dollar in Bitcoin ETFs und seit Aufsätzen sind 310.000 Bitcoin von diesen ETFs aufgekauft worden. Das heißt, da ist ein massiver Zufluss an Kapital zu verzeichnen. Bei den Ethereum ETFs stellt sich ein bisschen anderes Bild dar. Da sind seit Beginn 214.000 Ether abgeflossen. Man fragt sich, wie kann das sein? Also ich nehme an, dass es dann an dem Grayscale-Ethereum-Trust lag, der dann zu einem ETF umgewandelt wurde und dann eben diese Abflüsse hatte. Und die sind auch, insgesamt ist da deutlich weniger Kapital in den ETFs. Das sind 6,7 Milliarden. Also bei Bitcoin ist da ungefähr das zehnfache Kapital. Das heißt, man sieht da schon auch so ein Interesse von institutionellen Anlegern ist an Bitcoin höher. Man muss aber auch fairerweise sagen, die gibt es auch länger. Also das kann sich alles noch ändern. Aber gerade hat er auf jeden Fall Bitcoin die Nase vorn. Ja, kommen wir zum letzten Thema. Wir sprechen noch über World Liberty Financial. Der republikanische Präsidentschaftskandidat wird tatsächlich ein Defi-Projekt lancieren. Und was ist über dieses World Liberty Financial bekannt und kann man da investieren, Johannes? Ja, World Liberty Financial ist echt eine wilde Nummer. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt im Vorfeld. Es ist das kommende Defi-Projekt der Trump-Söhne Eric und Trump Junior und wird unterstützt von Donald Trump, der das bisher auch ziemlich gut beworben hat. Aber es gibt tatsächlich relativ wenig Infos zu dem Projekt. Und ich sage mal, das Ganze ist schwammig at best. Es wurde ursprünglich als Digital Real Estate Projekt geteased und das hieß oder sollte heißen The Defiant Ones, also die Unbeugsamen beziehungsweise die Trotzigen. Und ich frage mich da jetzt auch schon in erster Linie, was ist denn überhaupt ein Digital Real Estate oder was ist ein Digital Real Estate DeFi-Projekt? Ich kenne Real Estate, also Immobilien-DeFi-Projekte, wo es darum geht, Immobilienzertifikate on-chain zu bringen, aber auch diese ganze Nische ist noch relativ unentwickelt und schwammig. Aber wir wissen ja, dass Donald Trump zum Beispiel sein Geld mit Immobilien gemacht hat in den 70ern, 80ern. Wie genau das jetzt tatsächlich dann realisiert wird, da bin ich selbst auch noch gespannt. Wir haben, es gibt noch keine Plattform, sie ist noch nicht online. Was wir sehen konnten, war GitHub-Code. Also der Code der Plattform war öffentlich einsehbar. Und hier war es schon mal ziemlich interessant, die Plattform wird eine Fork sein von Doe Finance. Das ist nicht mal ein besonderlich bekanntes DeFi-Projekt, meiner Meinung nach. Es ist eine Landing-Plattform beziehungsweise ein Interface, das eine Verknüpfung hat zur Landing-Plattform von Aave. Das ist tatsächlich ein sehr großes DeFi-Projekt. Das heißt, ich würde vermuten, es könnte hier so sich im Bereich Landing abspielen und möglicherweise Stablecoin-Landing, also Dollar-Landing. Und ich habe auch gelesen, dass ein Stablecoin, ein eigener, auch im Raum steht. Aber wie gesagt, die Informationen sind aktuell noch sehr knapp. Und bis auf diesen Code oder diese Codefetzen und einigen Aussagen von den Trump-Geschwistern und Donald Trump himself, ist nicht viel über die Plattform bekannt. Ja, und Doe Finance und die, die dahinter stecken, das sind jetzt auch nicht die seriösesten Leute. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich frage mich jetzt, was will denn Trump mit diesem Projekt erreichen? Ja, es gibt ein Video von der Seite von World Liberty Finance und dort ist auch Donald Trump zu sehen, der eine Rede schwingt und er meint, er möchte die USA zum Crypto Capital of the Planet machen. Wir wissen ja oder wir kennen seine Bemühungen hinsichtlich Bitcoin. Er ist auf der Bitcoin-Konferenz aufgetreten und ich fand interessant, man konnte bisher nicht so wirklich diese Abgrenzung bei ihm erkennen. Okay, ist er jetzt Bitcoin-Fan per se oder Krypto-Fan an sich? Er wurde neulich zum Beispiel in einer Bar gesichtet, wo er die angeblich erste Bitcoin-Transaktion eines Präsidenten durchgeführt hat. Und da gab es auch eine sehr witzige kleine Interaktion, die ich bei Twitter gesehen habe, wo er Burger verteilt und er meint, hier habt ihr Bitcoin-Burger und Krypto-Burger. Und da wird er tatsächlich von den Bitcoin-Maxis korrigiert, die dann sagen, hey, es ist kein Krypto-Burger, es ist ein Bitcoin-Burger. Also seine Stellung war bisher nicht so wirklich oder seine Positionierung war bisher nicht so eindeutig und dieses World Liberty Financial scheint jetzt zumindest im ersten Schritt ein Exkurs in den breiteren Kryptosektor zu sein. Vielleicht auch von ihm selbst zu schauen oder von seinen Söhnen. Was lässt sich hiermit machen? Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich mir jetzt die Twitter-Page von World Liberty anschaue, dann ist es ganz klar auch irgendwie eine Werbeplattform für seine Wahlkampfkampagne. Und daher auch irgendwie mehr so ein Publicity-Tool, das auch sicherlich die Gunst der breiteren Kryptobranche für sich gewinnen soll und so ein bisschen auch beweisen soll, dass dieser Glaube an den Krypto-Space da ist und die Solidarität da ist. Im White Paper heißt es zum Beispiel, dass World Liberty Financial die Macht der Blockchain in einer accessible way, also in einer zugänglichen Art und Weise demonstriert. Auch das ist wieder sehr schwammig. Was heißt das? Weil wir können diese Plattform noch nicht nutzen. Ich bin ja im DeFi-Space unterwegs. Ich könnte dann wahrscheinlich evaluieren, ist die zugänglich? Ist es leichter als sonst? Aber das sehen wir noch nicht. Zum anderen, und es gab noch eine sehr interessante Ebene des Ganzen, könnte das auch natürlich ein eigennütziges Interesse haben. Denn die Trump-Söhne traten kurz nach der Veröffentlichung dieser Idee in einem Twitter-Space auf und sprachen dort von persönlichen Schwierigkeiten, die sie durch willkürliche Kontokündigungen als Folge der politischen Kampagne ihres Vaters hatten. Und sie lobten im selben Moment den Permissionless, also den Erlaubnis-freien Charakter DeFi. Das übersetzt sich immer so ein bisschen schlecht, aber im Prinzip, dass DeFi für jeden zugänglich ist und ja, letztendlich auch etwas deregulierter. Das heißt, es ist egal, wo man weltweit ist. Man hat halt Zugang zu so einem Finanzsystem. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, beziehungsweise ich habe mich gefragt, ob sie vielleicht, also Trump und Trumps Söhne, Angst davor haben, dass es etwaige Maßnahmen der Regierung gegen ihre Geschäfte oder ihr Imperium geben könnte und sich vielleicht auch mit diesem Wechsel oder diesem Move in Richtung DeFi absichern wollen. Und das so ein bisschen erforschen, inwiefern sie ihre Finanzgeschäfte vielleicht auch on-chain verlagern können. Und ja, ich fand einfach interessant, dass sich hier also möglicherweise die Vorstellung einer deregulierten Finanzwelt kreuzen und Trump vielleicht sogar das wahre Potenzial von DeFi erkannt hat. Ja, da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, weil wenn ich das richtig verstanden habe, können in World Liberty Financial erstmal nur institutionelle Investoren investieren. Das ist vielleicht auch der Grund, warum du das noch nicht gefunden hast. Oder es ist ja noch gar nicht live. Ich glaube, wenn meine Informationen da richtig sind, dann liegt das auch daran, dass Trump keine Lust hat auf noch ein Strafverfahren. Er ist ja schon ein verurteilter Straftäter. Und wir wissen ja, dass die SEC ziemlich hart gegen Kryptoprojekte vorgeht, die als Securities gelten, um sich da zu schützen, habe ich gelesen, dass da nur institutionelle Investoren eben reinkommen. Die Frage ist jetzt, wie viel DeFi steckt da eigentlich drin? Kann man das sagen, wenn es noch gar nicht live ist? Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Es scheint kein normales, standardmäßiges DeFi-Projekt zu werden. Also es bewirbt ja sozusagen diesen Permissionless-Charakter und gleichzeitig, hast du es gerade gesagt, ist es nur für akkreditierte Investoren zugänglich, um natürlich irgendwie Regulierungsverfahren in den USA aus dem Weg zu gehen oder den Ärger mit der SEC zu vermeiden. Aber sehr überzeugend wirkt das dann natürlich nicht in dem Kontext. Was ich interessant fand, war, dass sehr viele Persönlichkeiten oder einige Persönlichkeiten aus dem DeFi-Space als Unterstützer dieser Plattformen zählen. Also sie haben Berater aus, weiß ich nicht, den hintersten Nischen des DeFi-Sektors, also Leute, die sich wirklich mit dieser Technologie auskennen, von Arbitrum und Scroll, das sind zwei große Layer-2s auf Ethereum zum Beispiel. Und das heißt, ich sag mal, es ist gar nicht so zusammengeschustert oder könnte gar nicht so zusammengeschustert sein, wie man erstmal annehmen würde. Also da sitzen durchaus smarte Leute hinter, die Trumps zumindest dahingehend beraten könnten, wie man diese Plattform richtig aufzieht. Und trotzdem würde ich halt auch sagen, dass die Umstände der Gründung total unseriös wirken. Also sie sind auf jeden Fall fragwürdig. Wir haben das ja mit Doe Finance angesprochen. Also erstmal ist die Plattform eine Fork. Also man hat sich jetzt nicht großartig viel Mühe gegeben, es ist ja nicht, einen neuen Code irgendwie zu erstellen, um vielleicht diese Zugänglichkeit dann zu programmieren, sondern es war mehr so ein Copy and Paste, wenn man so will. Doe Finance ist auch eine Plattform, die im Juli gehackt wurde. Das heißt, deren Code scheint ja auch nicht so super zu sein, auch wenn jetzt nicht bekannt ist, ob sie das mit der Implementation in World Liberty Finance irgendwie wieder rausgekriegt haben. Aber ja, allein das ist schon nicht sehr überzeugend. Und dann zählt auch zu den Gründern von Doe beziehungsweise jetzt auch von World Liberty Finance ein gewisser Zachary Falkman. Und der hat schon einige Web3-Projekte gestartet. Zu denen zählen die zentrale Version von Patreon oder halt eben auch Onlyfans. Und der hat auch eine Seite für Pick-up-Artists erstellt, also die Kunst, Frauen abzuschleppen, also eine Web3-Version davon, die er DateHotterGirlsLLC genannt hat. So eine Sachen sind da natürlich weniger überzeugend. Und du hast es auch angesprochen, also World Liberty Finance wird einen Token haben. Und auch hier hagelt es so ein bisschen Kritik. Also dieser Token ist ein Reiner-Governance-Token, der ist nicht transferierbar. Das heißt, man kann den, ich weiß erst mal gar nicht, wer den bekommt, ob das jetzt diese akkreditierten Investoren sind, die sich da reinkaufen können. Und selbst wenn, dann können sie ihn auch nicht verkaufen. Das heißt, die Spekulation soll damit ein bisschen gedrosselt werden. Auch, glaube ich, wieder wegen der SEC, um den Ärger da zu vermeiden. Und es gab auch schon Direktkritik an der Token-Verteilung. Also da gab es erste Leaks, wo es dann hieß, dass 70 Prozent des Angebots bei Insidern liegen, was absurd ist. Also das gleicht dann mehr einem Pump-and-Dump oder könnte einem Pump-and-Dump gleichen. Und jetzt wurden diese Anschuldigungen zumindest zurückgewiesen. Und das hieß dann, ja, nee, es sind nur 20 Prozent, die an Insider gehen. Es sind keine VCs irgendwie involviert. Und 63 Prozent sollen angeblich zum öffentlichen Verkauf bereitstehen. Aber auch hier ist wieder relativ wenig Information gegeben. Also wer kann diesen Token dann letztendlich erwerben? Und auch, ich weiß nicht, keine Offenlegungen. Also man sagt uns jetzt zwar, 20 Prozent sind nur für Insider reserviert. Aber ob das wirklich stimmt, das wird sich dann erst zeigen. Ja. Das klingt ja total nach Krypto. Also man macht irgendeinen Coin, verknüpft den mit einer bekannten Persönlichkeit. In dem Fall ein Präsidentschaftskandidat. Bestes Marketing. Im Endeffekt macht er aber nur diejenigen reich, die das Ding irgendwie rausgeben. Und das erinnert mich sehr an die schlechten alten Zeiten im Kryptospace. Ja, durchaus. Ich bin sowieso immer ein bisschen skeptisch, was die Verknüpfung von Trump und Krypto betrifft. Also diese US-Wahl, die jetzt kommt, die hat ja im Prinzip und auch, dass Trump, sag ich mal, Krypto so beworben hat jetzt auch, oder auch die Kryptowähler umwirbt, dafür gesorgt, dass diese Wahl eine alles-oder-nichts-Wahl geworden ist. Also wenn Trump gewählt wird, dann ist es irgendwie bullisch für Bitcoin und für den breiteren Kryptospace. Gibt da auch diverse Gründe für. Also zum Beispiel, dass er den SEC-Chairman, Gary Gensler, feuern will. Was er übrigens gar nicht kann. Das ist nochmal so am Rande. Ach so, okay. Dann haben wir schon die erste Sache. Aber auf jeden Fall würde es bedeuten, dass die Regulierung gegenüber des Kryptosektors vermutlich sich etwas wieder lockern würde und bei gewissen Assets dann irgendwie für einen neuen Aufschwung sorgen könnte. Andererseits entsteht hier auch ein gewisser Image-Schaden für den Kryptosektor. Vor allem a, wenn seine Plattform scheitert, also dieses World Liberty Financial ein totaler Reinfall wird. Aber natürlich auch, wenn Trump jetzt per se die Wahl nicht gewinnt, dann wird Krypto halt auf ewig das bleiben, was mit dem gescheiterten Donald Trump in Verbindung gebracht wurde. Und wie genädigt die Regulatoren dann bei einem Sieg von Kamala Harris sind. Das ist ja auch noch nicht so wirklich klar, ob sie die Linie von Joe Biden weiterführen wird. Oder dann vielleicht auch nach diesem ganzen Wahlkampf-Drama und der Umwerberei des Kryptospaces vielleicht auch den Hammer noch härter schwingt. Das wird sich alles erst zeigen. Aber ich finde, wir als Sektor begeben uns da auf sehr dünnes Eis, indem wir uns jetzt komplett hinter Trump stellen oder generell hinter einen Kandidaten. Wir möchten eigentlich, dass diese Wahl möglichst neutral abläuft und dass eher die Regulierung per se in den USA einfach ein bisschen gemäßigter und auch rationaler abläuft. Wenn wir so ein bisschen rauszoomen aus World Liberty Financial, wie schätzt du denn ein, dass sich eine etwaige Trump- oder Harris-Wahl auf Bitcoin, Ethereum und DeFi auswirken könnte? Also ich bin mir ziemlich sicher darüber, dass wenn Trump gewinnen wird oder wenn Trump gewinnt, dass das positiv, mehr oder weniger ausschließlich positiv für den Kryptospaces ist. Bei Harris bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich glaube, sie hält sich da aktuell noch bewusst verdeckt, weil sie vielleicht gemerkt hat, dass es A, jetzt im Wahlkampf ein Spiel ist, was sie nicht gewinnen kann und B, weil sie möglicherweise auch nicht d'accord ist mit der Idee, den Kryptospace wieder mehr Freiheiten zu lassen. Ich glaube schon, dass sie tendenziell hinter den Entscheidungen von Joe Biden steht. Jetzt heißt es irgendwie, dass sie natürlich in Kalifornien, ich glaube, quasi Gouverneurin oder Staatsanwältin, ich bin mir nicht mehr sicher, aber dass sie einen Draht zu dem dortigen Tech-Sektor auf jeden Fall hat und dass sie so ein bisschen progressiver und liberaler gegenüber des Technologiesektors eingestellt ist. Aber das wage ich zu bezweifeln. Und wenn man erst mal die Wahl gewonnen hat, dann wird sich dann zeigen, inwiefern man noch zu gewissen Sachen steht. Ich werte es aktuell neutral bis negativ, wenn Harris die Wahl gewinnt, also neutral bis negativ für den Kryptosektor. Ich bin aber natürlich auch, ich gehe nicht in den USA wählen, aber ich wäre auch kein Single-Issue-Voter. Es gibt natürlich andere Gründe oder Gründe, warum man den einen oder anderen Kandidaten wählen sollte, nicht nur Krypto. Guter Punkt. Und im Endeffekt ist da ja auch vor allem erst mal der Gesetzgeber gefragt. Also da kommt es dann irgendwie auch auf die Mehrheiten im Kongress an, weil die USA einfach keine vernünftige Kryptoregulierung haben. Wir haben es letzte Woche angesprochen. Die SEC kann nur so hart gegen Krypto vorgehen, weil sie mit Gesetzen aus den 30er Jahren arbeitet. Dieses berühmte Securities Law. Und da bräuchte es einfach ein Update. Natürlich, wenn man irgendwie einen Präsidenten hat, der das als Leitlinie der Politik dann vorgibt, hätte man größere Chancen, dass so ein Gesetz kommt. Aber ich persönlich sehe da vor allem irgendwie den Kongress in der Pflicht, da einen ordentlichen Gesetzesrahmen zu schaffen. Ja, das war es dann auch für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine gute Bewertung in eurer App da. Das hilft uns eben noch mehr Menschen zu erreichen. Da würden wir uns sehr freuen. Und bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns jederzeit schreiben. Ihr erreicht uns unter der E-Mail podcast.at btc-echo.de und in diesem Sinne sagen wir macht's gut, habt ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao, ciao.